Trixi und Pixel holt die Matratze. Und Onkel Meinhardt, du fliegst mit dem Flugzeug. Wundervoll. Jetzt findet eine neue Schnitzeljagd statt, Leute. Ja, ja, ja. Dieses Mal arbeiten wir als Team. Yeah. Oh, da ist sie ja. Hier ist welches, hier ist welches. Wir haben sie. Los, los. Ja, los geht's. Ich hab den Anhänger. Siggi, spring rauf. Ja, okay. Halt dich gut fest. Ja. Schneller, Stefanie. Onkel Meinhardt, starte das Flugzeug. Ich fliege doch schon, Stefanie. Gut. Los, Beeilung. Die Matratze muss in den Anhänger. Ich habe die Matratze. Sporter kurz, wirf ihn hoch zum Flugzeug. Okay, los. Bist du bereit? Drei. Bereit wofür? Zwei. Um gerettet zu werden. Eins. Fertig. Wirf ihn. Und los. Ja. Hallo. Meini, fahr dein Auto auf das Kreuz. Ja, auf dem Kreuz platzieren. Nein, das ist zu weit. Nein, zu weit auf der... Ich helfe dir, fahr nach vorne. Genau, jetzt vorsichtig rückwärts. Ja, das machst du gut. Oh nein, stopp, stopp. Leute, es wird langsam eng für mich. Hier, versuch's damit. Dankeschön. Die sind viel zu lang. Sportakurs. Ja? Wie wäre es mit Karate? Gute Idee, Sigi, danke. Mir ist was eingefallen. Wir sollten das nochmal zusammen versuchen. Aktiviert. Ja. Es funktioniert. Ja, alles klar. Fähnleinführer Meinhardt, wirf das Paket ab. Wird gemacht, Stefanie. Das nennt ihr mich retten? Ach, nein. Bis später. Ja. Ja. Das hast du klasse gemacht. Gut gemacht. Oh, der Fahrtfinder-Oberfanleinführer hat's auch überstanden. Das ist kein Lazy-Fahrtfinder-Oberfanleinführer, das ist... Freddy Faulich. Habt ihr etwa den Weihnachtsmann erwartet oder wie? Wow, wie habt ihr das alles geschafft? Wir waren ein Team. Wenn ihr zusammenarbeitet, könnt ihr alles schaffen. Ja. Genau. Ding, bang, digi, digi, dong. Quatsch mit Soße sing ich, wenn ich tanze, tanze, tanze. Ding, bang, digi, digi, dong. Wortballat, der alles heißen kann. Zack und ab, die Post, ich zeig's dir. Fick wie ein Turnschuh stehe ich hier. Wir hüften, doink, doink, auf und ab. Drehen uns um und laschen in die Hände. Hände, Hände, Hände. Boing, boing, kreuz und klärt. Lass uns fast, wir tubeln hin und her. Keiner meiner Pläne funktioniert jemals. Warte, wenn ich nun nicht mehr der Fiesling wäre und stattdessen ein Superheld werden würde? Quatsch mit Soße. I don't know, Yeah. No. Stop homepage.